Leute, ich konnte es mir nicht verkneifen, ein bisschen weiter zu spielen und zu gucken, was passiert. Und ihr werdet nicht glauben, was ich für eine Fresse gezogen habe, nachdem ich gesehen habe, was gleich hier passiert. Ihr glaubt es mir nicht. Ah ja, und ich habe einen neuen Plug-In jetzt für den Emulator und ich hoffe, dass der jetzt besser ist. Nein, 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 böse Hand, böse Hand. Ich hoffe, dass der jetzt besser ist. Der Grafikfehlerstreifen muss weg. Das ist schon mein Anfang. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, erstmal müssen wir jetzt alle Popkörner da reinwerfen. Und dann passiert etwas, was man nie vermutet hätte. Danke, du Hand. Dann passiert echt etwas, was man nie vermutet hätte. Und jetzt weiß ich endlich, was Kovok93 mit Lord Amadeus von Scheiße meinte. Jetzt weiß ich es endlich. Ich habe mir nicht das Video dazu angeguckt, ich wollte mir nicht die Laune verderben, weil sich das doch schon ziemlich lustig anhört. Und jetzt weiß ich echt, was so lustig an diesem Namen ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr werdet es gleich sehen. Nur noch diese drei Körner hier rein. Ich muss sagen, es wird sicher die lustigste Stelle im ganzen Game. Das ist so genial. Ich konnte nicht mehr verlachen. Ich konnte nicht mehr verlachen. Wer... Ah, ich wollte gerade eine reinhauen. Ich wünsche dir einen Virus. Bam! Nein, 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 nein. Du kommst mir nicht zu nah, du doofe Hand. So. Jetzt passt auf. Rein da. Das ist so abartig geil. Klo-Spülung. Oh oh. Musik. Oh mein Gott. Bäh! Benutzt er die Popcorn-Dinger als seine Zähne? Anscheinend ja. Oh mein Gott. Hilfe! Reingestuppt. Oh mein Gott. Der singt jetzt echt. Der singt. Das ist so genial. Me 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 me. Wow. the great mighty foo. Wow. Er kämpft gegen uns. Scheiße. Tut mir leid, aber ich habe echt auch so weit gespielt, bis ich ihn besiegt hatte. Also ich konnte es mir echt nicht verkneifen, aber weiter habe ich nicht. Ich verspreche es euch. Also ich weiß auch noch, wie man ihn besiegt. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Weil der Gegner war dann doch einfach zu genial und ich musste sehen, was passiert. Ja, manche haben mir ja schon gesagt, dass der zweite Gegner noch geiler wird. Und ich glaube, das ist auch der zweite Gegner. Und ich muss sagen, er ist besser als Terminator. Viel besser. Also, Rae hat sich übertroffen. Jetzt muss man ihn mit Klopapier in den Mund werfen. Wo bist du? Da. Reiner. Runtergespürt. Er kotzt erst mal. Weitergesingen. Weiter singen. Los, Mann. Klar. Äh? Aha. How do you think I'd give this lovely grin? Brrring. I've smoke, have you. Wow, scheiße. Nein, der Schalter ist behindert. Lauf Konga. Duft, duft, duft. Aber durch den Plug-in ist irgendwie Kongas Augen... Seine Augen sind so zusammengewachsen an manchen Stellen, aber naja. Manchmal halt nur, ne? Hey. Der Endgänger ist so genial. Echt, da kann man nicht mehr zu sagen. Das ist echt Lord Amadeus von Scheiße. Pfandscheiße, glaube ich, heißt der ja Pfand. Wie Silvie van der Fahrt. Silvie van der Scheiße. Nein, sie ist schon eine nette Frau. Oh, jetzt schon? Los, wo pflanzt ich jetzt? Sind da. Schluck den hier. Oh, scheiße. Toilettenspülung. Zweimal treffen, okay. Seht ihr, seine Augen sind zusammen von Konga? Sieht so lustig aus, als ob er so Glückscher hätte. Hihi, hallo. Huah. Komm her, Mann. Schlitz. So, ah, du bist fertig. Gut. Runter geschluckt, sag ich da nur. Und jetzt wird er sauer. Die Musik ändert sich schlagartig. Neue Strophe ein, durchgehen und jetzt. Ey. Und jetzt, da schaust du? Your butt? My butt? Your butt? My butt? My butt? My butt? My butt? Knack. Oh, wir wissen, er liebt Opan, also müssen wir ihn ausspielen. Wir müssen ihn richtig evil-sauer machen. My butt? Was ist jetzt? Das ist ja richtig. Ja, Mann. All ist klar noch mit der Zeit. Jetzt muss man dreimal treffen. Er übt seine Stiere. Ah, ich wurde vollgetroffen. Ah, scheiße. Hey, auf wahnsinnig. Aus Scheiße. Ich warte einfach. Oh, kommt der hier nochmal? Scheiße, der kommt hier nicht nochmal. Nein, das ist nicht gut. Nein. Hey, komm, das Klubschach. That's right, my butt. Was ist eigentlich der Butt? Ich glaube, das ist eine andere Wortart für Arsch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall genialer Endboss. Kann man einfach nur zu sagen. Hei, wieder seine Strophe ein und los geht's. Oh, komm, yeah, man. Ja, getroffen. Yeah. Oh, jetzt, oder? That's right, my butt. Wee. Ah, hetzte wohl gerne. Oh, scheiße, mitten im Flug erwischt. Nein, 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 nein. Das kannst du nicht tun. Komm her. So, alles noch klar. Von der Zeit her zumindest. Komm, er wird den Ort. Oh, der war knapp. Oh. Nein, 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 nein. Oh, knapp. Ah, ihm wieder seine Strophe ein. Ah, nee, noch nicht. Natürlich, ihm wieder seine Strophe ein. Oh, komm schon. Oh, wo ist er denn? Oh, ich hab ihn verpasst. Hey, Mann. Jetzt kommt er auf einmal nicht hier, ne? Das nennt man Pepe. Persönliches Pech. Mein persönliches Pech, wenn man's so nimmt. Das wird für heute, glaube ich, mein letzter Part. Den Endgegner schaffe ich ja wohl noch. Komm her, und hoch. Wow, knapp. Hoch. Ah, er wird wieder seine Strophe ein. Ja, endlich. Aber noch einmal müssen wir ihn treffen. Oh, ho, ho, ho. So, und hoch. Und hoch. Ist er jetzt da? Komm her. Ich mach mal platt hier. Komm her. Oh, doch. Das ist so genial. Wow. Und hoch. Los, üb deine Strophe ein. Ah, üb sie ein. Das ist super. So, und... Ja, das war's. Das war's, Leute. Jetzt wird er richtig sauer. Oktober, Oktober. Höher. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Knack. Toilettenspülung. Wer hätte es gedacht? Ah, Hilfe. Oh, nein, 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 nein. Los nicht. Los nicht. Nein, ich bin hier untergegangen. Wer hätte das gedacht? Aber jetzt muss ich nicht nochmal den Gegner besiegen, oder? Oh, ich glaube nicht. Autsch. Konkar das. Das schaffst du noch, ne? Noch alles in Ordnung, ne? Ja, alles noch in Ordnung. Oh, nein, 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 nein. Ah, super. Also man kann den Gegner schon als besiegt ansehen, weil jetzt muss ich nichts mehr gegen ihn machen, außer ihn runterspülen. Was ich auch genialen Humor finde. Okay. Rein, Konkar. Natürlich ist hier nochmal Money. Alles klar. Komm her. Ich geh. Da, 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 da. Ching. Haha. So. Das wird jetzt dein klassischer Abgaben. Wolfgang von Scheiße, Mann. Du klassisch, Squirrel. Schau, was du getan hast. Ich bin flaschig. Ich bin flaschig. Oh, was ein Welt. Was ein Welt. Wer hätte nicht ein guter little Squirrel wie du, können meine beinahe Flaschigkeit verletzen? Oh, ich bin flaschig. Hä? Hä? Now that's what I call a bowel movement. Oh. Abgangspurz. Du, 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 du. Das war mal ein Abgang. Ah. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter, was wahrscheinlich morgen ist. Also. Au. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh.